How to make it. Der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Und damit herzlich willkommen zur 22. Episode von How to make it. In dieser Folge spreche ich mit meinem bald hoffentlich regelmäßigen Stammgast Klaus Steuerer über seinen Weg zum Berufsmusiker. Wir bekommen Einblick in seine Einkommensströme, wie diese ganzen Etappen dahin sind und du kannst sicherlich sehr, sehr viel davon lernen. Also ohne lang drum herum zu reden, schauen wir doch direkt in die Folge. Viel Spaß. Und heute noch was Besonderes. Wir hatten nämlich die Möglichkeit, das Ganze auch per Video aufzunehmen. Deswegen kannst du heute nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen. Also viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von How to make it. Heute mit einem Gast, über den ich mich sehr, sehr freue und den ich hoffentlich auch in Zukunft öfter mal hören und sehen werde. Nämlich Klaus Steuerer. Grüß dich. Grüß dich Gott, Janik. Servus. Danke vielmals für die Einladung. Die Ehre ist ja wirklich ganz auf meiner Seite. Freut mich, dass du mit dabei bist. Vielleicht magst du in so den ersten, ja einfach am Anfang einmal kurz erzählen, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin, wie man wahrscheinlich hört, Österreicher, Wiener im konkreten Fall und das ist auch mein musikalisches Steckenpferd, nämlich das Wiener Lied. Die Wiener Volksmusik, wenn man so will. Und das ist sozusagen das, womit ich mein Geld verdiene und auch eine Leidenschaft ist. Natürlich auch ein begeisterter Jazzmusiker und dergleichen, aber ja, das kann mich noch ein bisschen plaudern. Ich selbst bin jetzt, warte mal, was haben wir jetzt für ein Jahr? 2021, das hat sich alles irgendwie... Also ich wäre jetzt 46, bin ein 94er Baujahr. Also ich bin ein Fossil in dieser jugendlichen Musikszene, in der du dich bewegst. Und mir taugt es ja viel, dass wir da dabei sind. Ja, und ich bin halt Musiker, bin seit 26 Jahren jetzt auf der Bühne grundsätzlich. Und seit mittlerweile 16, bald 17 Jahren, bin ich hauptberuflich Musiker und lebe in erster Linie vom Wiener Lied. Das ist sozusagen jetzt wirklich die Sparte, diese Nische der Musik, von der ich wirklich tatsächlich lebe. Bin Komponist, Texter, habe mit meinem Kompagnon, mit dem wir spielen, also unter dem Titel 16er Buben, dreht man auf. Und da haben wir auch ein Verlag, ein Label mittlerweile. Also das hat sich so richtig entwickelt. Und eben seit zwei Jahren bin ich da im Internet aktiv unterwegs. Und so bin ich auf die gekommen. Also über Ediment Music, weil ich mich halt damit beschäftige. Und ich sage jetzt einmal, die gleichaltrigen oder älteren Musikerkollegen sind halt nicht so ganz up-to-date, was die Online-Welt betrifft oder die aktuellen Entwicklungen, sagen wir es mal so, der Branche. Und so bin ich dann auf die gestoßen und auf Ediment Music vollkommen begeistert. Und ja, irgendwo haben wir einander dann getroffen. Das war jetzt die Kurzfolge. Das freut mich total. Und was muss ich gleich mal dir ein Lob aussprechen, weil gerade, also ich bin sehr, sehr positiv, positiv überrascht von sämtlichen Online-Aktivitäten und Ideen, die du so oder die so aus dir raussprudeln und was du irgendwie an Content postest und so. Da bist du selbst den wahrscheinlich in meinem Alter um Längen sehr, sehr vielen voraus. Also hier großes Kompliment. Das ist sehr, sehr cool mit anzuschauen, dass du auch mit einem, ich würde jetzt mal, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber mit einem eher, oder nicht dem modernsten Genre, würde ich es jetzt mal nennen, dass du trotzdem versuchst, das irgendwie auch in die Online-Welt zu bekommen und das wieder, das Internet fit zu machen, wenn man das so sagen kann. Ja, ich danke dir für alles. Es war auch der ausschlaggebende Punkt, war eben das, dass das Wiener Lied nicht nur eine Nische ist, sondern eigentlich, ja nicht einmal die Nische der Nische, das ist fast schon, wie würde ich in Österreich, würde man sagen, das ist der Lurch in der Nische, der da liegt. Weil es wirklich total klein ist, absolut ein Mindest, ja, es gibt dann, wir kommen mit zwei Händen aus, wenn wir jetzt eigentlich über die namhafteren, unter Anführungszeichen, namhafteren Musiker in diesem Genre sprechen, die noch leben. Und das ist halt so ein Punkt. Und das ist wirklich so, dass ich mir irgendwann gedacht habe, also das ist zwei Jahre her eigentlich, und stirbt das Publikum weg, ganz offen gesagt, das Publikum, die diese Musik kennen und schätzen, das ist halt öteres Publikum, die sterben, das ist auch so. Und auch die Kollegen natürlich, also die alten Interpreten, die aus dem Genre einfach die Protagonisten des Wiener Liedes, die noch gelebt haben, sind auch schon jetzt zum großen Teil gestorben. Und wir haben gesagt, wenn das so weitergeht, werden wir zwar spielen, aber es wird uns keiner mehr zuhören, und es wird auch niemanden mehr interessieren. Und das heißt, das war dann irgendwie so diese Idee, weil da haben wir gehabt, 25 Jahre, 16er Buben, also 25-jähriges Bühnenjubiläum, und da haben wir überlegt, was machen wir? Machen wir eine CD? Dann haben wir gesagt, das ist eigentlich jetzt nicht besonders toll, weil eine Band macht eine CD. Ja, das ist jetzt nichts Aufregendes. Dann haben wir gesagt, dann machen wir ein Galakonzert. Da haben wir genau das Gleiche gesagt. Dann haben wir gesagt, seit 25 Jahren, wir spielen ja Konzerte. Also, was ist jetzt so besonders, wieder ein Konzert zu machen? Und dann haben wir die Idee gehabt, wir machen das, wir bringen das Wiener Lied sozusagen ins Internet. Und das war eigentlich so diese Idee. Und da habe ich mich natürlich noch gar nicht ausgekennt mit irgendwas und habe mich dann halt begonnen zu beschäftigen. Und das ist eigentlich so diese Grundlage. Und jetzt sind es zwei Jahre her und mühsam ernährt sich das Eichhörchen, aber es wird immer dicker und fetter. Schön langsam. Das ist doch geil. Also, ich finde das super, gerade, dass du halt versuchst, in Anführungszeichen mit der Zeit zu gehen, einfach verschiedene Dinge ausprobierst. Und ich meine, jetzt, was ich so von dir mitbekommen habe, oder was ich von dir mitbekommen habe, es fruchtet ja auch. Jetzt hier, gestern habe ich geschaut, irgendwie fast 4000 TikTok-Follower. Und gestern oder vorgestern hast du die 600 auf YouTube geknackt, machst täglich oder wöchentlich Livestreams, je nachdem auf welchem Kanal und so weiter, wo auch wirklich viel Interaktion ist. Also, es funktioniert. Punkt. Ja, ja. Es ist so. Also, ich habe eins festgestellt, ich bin mir damit wirklich intensiv beschäftigt. Das muss man dazu sagen. Das ist mir deswegen wichtig, weil viele missverstehen die ganze Geschichte. Die glauben, Social Media macht es leichter. Und das stimmt aber nicht. Social Media macht vieles möglich, aber die Arbeit bleibt, also, arbeiten muss trotzdem. Also, es passiert nichts von selber. Das ist richtig, ja. Und das ist halt das, ich bin wahnsinnig damit beschäftigt. Und ich habe Stunden, wirklich extrem viele Stunden vor YouTube verbracht und habe mir Tutorials angeschaut und How-To und diverse Dinge. Und auch so Sachen über Social Media Marketing. Also, Gary Vaynerchuk ist ja einer dieser Ikonen von dieser Sache. Und ich habe mir da einfach wahnsinnig viel angeschaut, wahnsinnig viel mich damit beschäftigt und dann begonnen umzusetzen. Das ist natürlich das Wesentliche. Du musst irgendwann anfangen. Das ist das Wichtige. Und, also, ich habe mir jetzt letztens erst angeschaut mit meinem Kompanion. Also, da haben wir jetzt mit den 16er-Büben haben wir ja auf YouTube tatsächlich schon den Tausender geknackten Abonnenten. Also, da sind wir noch weiter. Was insofern toll ist, weil natürlich dann diese Monetarisierungsmöglichkeiten besteht. Und, was mich viele unterschätzen, die Möglichkeit, wenn du tausend Abonnenten auf YouTube hast, kannst du auch mit dem online, mit dem mobilen, mobile device, jetzt rede ich schon so englisch, mit dem Handy live gehen. Das kannst du ja mit unter tausend nicht. Also, lauter so Sachen. Und, dass da, da, jetzt habe ich mich selber ausgebracht. Also, ich bin mir mit dem Ganzen beschäftigt, dann habe ich es angegangen. Und da habe ich letztens erst gefunden, unser erster Livestream, den die 16er-Büben gemacht haben, ist also zwei Jahre her, im März oder Februar 2019. Da hatten wir zwei Zuseher, das war nur auf Facebook allerdings, zwei Zuseher. Und das aufgenommen habe ich das mit dem Handy, also mit dem Smartphone. Und, weißt du, da gibt es diese Linsen, was man so draufschirbt, also sein Clip. Ja, diese komischen Clipper da, ja genau. Damit ihr ein bisschen einen Weitwinkel habt, damit ihr uns zwei aufgebracht habt auf das Ganze. Ohne Instrumente noch. Und da haben wir dann zwei Zuseher gehabt und wir haben uns total gefreut, dass wir zwei Zuseher haben. Und das war wahnsinnig schlecht in jeder Hinsicht. Aber wir haben begonnen und, ja, das war der erste Livestream und den haben wir dann weitergezogen. Und dann haben wir das irgendwann regelmäßig gemacht. Und dann mit dem Lockdown in Österreich, dann haben wir dann begonnen, das wirklich wöchentlich zu machen. Dann haben wir sogar zweimal in der Woche einen Livestream gemacht und einmal in der Woche ein Konzert. Meistens ein Frühschoppen am Sonntag. Ja, das war aber jetzt während dieser wirklichen ersten Lockdown-Phase, wo man noch nicht recht gewusst hat, wie das weitergeht. Und da haben wir uns dann eigentlich den Grundstein gelegt für dieses kleine Fundament, was wir da jetzt haben. Super. Also ich finde das total spannend. Und ich glaube, dass das gerade jetzt mit dem Punkt, du bist jetzt seit, was hast du gerade gesagt, fast 17 Jahren jetzt dann voll... Berufsmusiker. Ja, hauptberuflicher Musiker sozusagen. Vielleicht können wir da ein bisschen drüber sprechen, was denn so die Schritte waren zum Musiker-Dasein als Profi. Weil das ist ja so der Traum von vielen. Und gerade, das finde ich total inspirierend und spannend, wenn du sagst, ihr seid ja nicht mal in der Nische einer Nische, sondern hier gefühlt, ihr sprecht im Prinzip niemanden an an sich und trotzdem kannst du davon leben. Das heißt, wenn du, wenn man Rock... Oder im Prinzip scheißegal, was man für ein Genre macht, man kann auf welche Art und Weise auch immer davon leben. Und das finde ich eine supergeile Aussage. Was waren denn so die Schritte irgendwie grob zusammengefasst, dass du von, ich blöd gesagt, ich spiele nebenbei, ich düdel vor mich hin zum Semiprofi und dann wirklich auch diesen Schritt zum hauptberuflichen Musiker. Wie ist das passiert? Ja, das ist natürlich gar nicht einmal so einfach zu beantworten, weil es eben passiert ist. Du musst dir vorstellen, wir haben aus Jux und Tollerei mit diesem Wiener Lied begonnen. Das hat uns Spaß gemacht, das hat Freude bereitet. Und es war auch durch Zufälle, hat sich das eben ergeben, dass mein Kompanier, mit dem ich jetzt spöne, der Patrick, dass wir einander getroffen haben. Eigentlich habe ich seinem Bruder Gitarrenunterricht gegeben, damals nach der Schule. Ich war 17 oder 18, 17 Jahre und der Bruder war halt 15 oder 14. Und dem habe ich Gitarrenunterricht gegeben. Und weil ich in der Schulband gespielt habe, dass er so diese ganz klassische Hobbymusiker-Karriere begonnen hat. Also als Rockgitarrist natürlich, lange Haare und wie es ist gehört. Und natürlich war dann schon die Idee für mich, aufs Konservatorium zu gehen und zu sagen, ich möchte das Musik hauptberuflich machen. Und dann kommen natürlich alle Stimmen von überall her. Musiker ist kein Beruf, lernt was Gescheites und so weiter und so fort. Ich habe natürlich nie was Gescheites gelernt, sondern war dann auch ein selbstständiger Unternehmer. Ich habe wurscht, also in verschiedenen Bereichen was gehabt, habe eine Firma gehabt, alles wunderbar. Aber nebenbei halt immer so ein bisschen Musik gemacht und eben das Wiener Lied weiter gepflegt, weil das war eigentlich ein Hobby. Und wir haben natürlich dann, vor allem wie ich studiert habe, haben wir natürlich, wie soll ich sagen, das war natürlich ein Traum. Also ein Heurigmusiker, das wissen wir nicht, weil meistens in Wien sind die Heurigen und dort wird halt auch mehr oder weniger intensiv das Wiener Lied gepflegt und wir haben halt dort auch gespielt und als Student natürlich überall. Also da haben wir ja keine großen Ansprüche gehabt, aber da haben wir gesagt, wir spielen überall und das war natürlich ein Traum. Wir waren beim Heurigen, wo wir ja ohnehin gewesen wären, ganz klar als Student. Wir haben fürs Essen, Trinken nichts zahlen müssen. Im Gegenteil, wir haben sogar ein bisschen Geld verdient, haben musizieren können und so weiter. Also ein echter Traum, aber natürlich für einen Hauptberuf wäre das viel zu wenig gewesen. Nur das haben wir halt so gemacht und nach einer relativ kurzen Zeit, wo wir wirklich begonnen haben, uns einfach einmal in diese Musik einzuleben als aktive Musiker, also sprich, wie wir mit schön langsam ein bisschen besser geworden sind, so könnte man es auch sagen. Wir haben natürlich dann den Vorteil gehabt, dass wir so jung waren, dass wir uns wahnsinnig viele Fehler am leisten können, weil natürlich die Leute waren begeistert, dass überhaupt junge Leute spielen. Und das haben wir halt so gemacht und dann haben wir halt nebenbei auch jeder hat eine Firma gehabt und halt nebenbei gearbeitet. Und irgendwann war es dann so, dass wir gesagt haben, du, das wird zu viel. Also da ist dann schon losgegangen mit Engagements irgendwo und dann haben wir gesagt, das geht sich nicht mehr aus. Also wenn du jetzt selbstständig bist und nebenbei wirklich immer mehr zum Spielen hast, das geht nicht mehr. Und das waren also gute zehn Jahre. In dieser Zeit immer noch alle gesagt haben, Musiker ist kein Beruf. Und übrigens als Exkurs. Das ist wirklich der größte Blödsinn überhaupt, weil jedes Handwerk hat wirklich Gold an den Boden und das ist Musiker auch. Also wenn du ein Musiker bist, kannst du dich immer irgendwie über Wasser halten und kannst immer schauen, dass du zumindest ein Stück Brot dir auf der Straße erspülen kannst. Also das ist nur so nebstbeigesagt. Aber auf jeden Fall haben wir dann irgendwann gesagt, so jetzt ist es zu viel, jetzt geht nicht mehr. Wir müssen uns entscheiden, entweder hören wir auf oder wir machen es ganz. Und dann sind der Patrick und Lisa zusammengesessen, natürlich bei einem Wein. Das ist bei uns quasi so ein Lebenselixier. Und sind wir zusammengesessen und haben überlegt und haben gesagt, du, wir wollten beide damals schon eigentlich Musiker werden. Jetzt nicht zwangsläufig im Wiener Liedbereich, aber Musiker. Und alle haben uns dagegen gerettet und wir haben nachgegeben. Und wenn der Herrgott das scheinbar will, dann täte er uns da jetzt nicht reindrängen in das, durch diese Situation. Also quasi Schicksal oder wie man auch immer will. Und dann haben wir gesagt, nein, dann machen wir es ganz. Haben wir geschaut, geht sich das aus finanziell. Irrer Rückschritt natürlich, weil wir waren ja nicht unerfolgreich, sagen wir mal so. Aber egal, es ist ja ausgegangen. Aber das heißt jetzt, für diesen Schritt in den Berufsmusikern ist eins wesentlich, da zu beachten, dass wir ja schon zehn Jahre lang gespielt haben. Das heißt, wir haben uns ja schon was aufgebaut gehabt. Das muss man da mit bedenken. Und wir sind also nicht ins kalte Wasser, sondern es ist lediglich, es hat sich dann einfach verschoben vom Nebenjob in den Hauptjob. Und dann haben wir uns einfach damit mehr auseinandergesetzt. Und dann natürlich auch mit dieser Musikbranche. Das war schon noch schwierig, weil eben Google hat es nicht gegeben. YouTube oder wo du ein Tutorial ausschaust oder dieses Ding. Das heißt, du warst angewiesen eigentlich auf Kollegen. Das war damals eben nicht ganz so positiv, weil jeder das für sich behalten hat, die Tricks und Tipps. Aber ja, mittlerweile kommen sie zu uns und fragen sie uns. Und wir sind freudigst bereit. Den Jungen oder auch Älteren, wurscht. Jeder, der was wissen mit dem, sagen wir es. Aber das ist unsere Ansicht. Ich brauche da nichts für mich behalten an Informationen. Und ja, jetzt funktioniert es. War diese Entscheidung denn, weil du sagst, es war Rückschritt oder so, aber war es dir dann schon an dem Punkt, dass du gesagt hast, ich kann das jetzt quasi in Kauf nehmen. Ich verdiene mit der Musik schon so viel, dass ich davon leben kann. Oder war das ein Risiko, ich habe mir Summe X angespart und mache jetzt alles oder nichts und probiere es einfach mal. Also war das quasi ein natürlich finanzieller Rückschritt, aber war das eher ein kalkuliertes Risiko? Ich kann jetzt davon schon leben mit, in Anführungszeichen, geringerem Lebensstandard. Oder war das ein Sprung ins kalte Wasser? Ich schaue mal, ob ich es hinkriege. Ein bisschen teils, teils. Also angespart haben wir uns nichts. Angespart haben wir uns nichts. Das ist auch etwas, wo wir gescheiter geworden sind. Und Gott sei Dank, weil eben die ganze Corona-Sache haben wir jetzt eigentlich deswegen auch recht gut überstanden, weil wir eben die Fehler von damals ausgebügelt haben. Also wenig Konsumschulden oder gar keine. Also eh nicht und so weiter und ein bisschen was angespart. Naja, also angespart war nichts. Es war ein finanzieller Rückschritt auf jeden Fall, weil wir einfach recht gut verdient haben auch grundsätzlich. Aber es war so, dass wir durch die Beendigung, wir haben nicht gemeinsam irgendeine Firma gehabt, sondern der Patrick hat eigens und wir haben jeweils eine komplett andere Branche, anderes Unternehmen gehabt. Aber es war dieser Ausstieg, war im Prinzip so, dass wir beide mit Null da gestanden sind. Also keine Schulden, keine Verbindlichkeiten, auch kein Erspartes oder sonst was, aber eben eigentlich frei. Also Reset. Und von dem Weg haben wir gesagt, naja, mit ein bisschen Sparsamkeit und ein bisschen Zurückhaltung im Vergleich zu vorher, weil wir haben schon ein bisschen Geld gespürt gehabt. Und auf einmal sagst du, okay, jetzt musst du dich einschränken. Und ich habe gesagt, gut, aber mit dem müsste es gehen. Also wenn das noch halbwegs so weitergeht. Und da wir ja mehr Energie jetzt aufbringen können für dieses Projekt, sollte eigentlich auch dann mehr reinkommen. Und genau so war das dann auch. Und die Tatsache, dass wir auf einmal unser wirkliches Hobby, unsere Leidenschaft fulltime umsetzen konnten, das war es uns wert. Also es war nicht wirklich ein Risiko, aber es war auch nicht wirklich kalkulierbar. Es ist ein bisschen ein Zwischending. Also wie in der Selbstständigkeit immer. Im Prinzip ja. Und das ist ja das. Ein Musiker ist ein Selbstständiger. Das ist einfach ein Unternehmer. Und das muss man natürlich auch so sehen. Ganz genau so. Und ja, so hat das dann funktioniert. Und dieser finanzielle Rückschritt ist ja nur gesehen auf das, wo man einfach schon gewusst hat, es kommt ein Geld ein. Und das war halt vorher etwas mehr als später. Und wir haben gesagt, nein, also insofern schon kalkuliert, das wird sich schon ausgehen. Und die Mama und der Papa sind auch noch da. Und wenn es ganz hart wird, ein Gulasch kriege ich schon noch. Oder ein Stückchen Brot. Also so in die Richtung. Also es war nicht auf Messerschneide, aber ja, es war einfach ein Reset. Aber dafür eben auch schuldenfrei. Also und inklusive Wohnung und so weiter. Also wir haben beide wohnen können. Also wir waren im Prinzip komplett versorgt und eben auch finanziell auf Null. Und damit haben wir einen guten Start gehabt. Schlicht und einfach. Ja. War das dann, oder jetzt mal unabhängig von den letzten Monaten, aber so dein Hauptberuf? Ist es jetzt wirklich ausschließlich die Band? Oder machst du als Musiker irgendwie in Anführungszeichen nebenbei noch was? Songwriting, Komposition, Auftrags, was auch immer arbeiten? Oder ist es jetzt wirklich hauptsächlich Wiener Lied live und gegebenenfalls CDs oder sowas? Also das finanzielle Überleben ist tatsächlich, oder das finanzielle Leben spielt sich also tatsächlich mit dem Wiener Lied ab. Wobei ich sehr viel selber geschrieben habe, sehr viel komponiert habe. Und das ist bislang auch in erster Linie im Wiener Lied Bereich relevant. Ich habe ein paar Jazz-Sachen auch geschrieben, aber das bringt kein Geld ein. Wiener Lied schon und bei mir ist es schon so, dass die Tantiemern mehr als die Hälfte des Jahreseinkommens ausmachen. Und es ist schon so, dass ich jetzt eigentlich im Laufe des letzten Jahres begonnen habe, mir sozusagen ein zweites Standbein aufzubauen. Das ist fast übertrieben. Ich möchte mal sagen, mich mit einem zweiten Standbein Komponist ein bisschen einmal anzufreunden. Weil ich das als entsprechende Workshops auch gemacht und so weiter. Und damit ich einfach effizienter und schneller schreiben kann. Und also das ist sicher etwas, das ich mir jetzt gerade noch aufbaue. Auch aus dem Grund, weil man sich das immer auch überlegen muss, weil man jetzt zu zweit eine gewisse Karriere hat. Und wir sind jetzt sozusagen im Wiener Lied Bereich, sind wir noch nah, so viel gibt es ja nicht. Aber sind wir schon recht bekannt und stehen wir schon recht nahe Richtung Zenit. Aber es ist halt so, wenn der Kollege krank wird oder Schlimmeres passiert oder aufhören will oder genauso bei mir, dann sind wir bei Null. Und das ist auch so diese Idee mit diesem zweiten Standbein, dritten Standbein, also diese Einkommensströme aufzubauen. Das ist da jetzt eigentlich gerade dann noch einmal durch Corona verstärkt eigentlich ein Thema geworden. Aber ich habe schon vorher irgendwie angefangen mit dem, ja, das Komponieren, das ist etwas, was ihr eigentlich machen könnt. Das heißt, das ist aber, weil du gesagt hast, ein Großteil sind irgendwie Tantiemen von eigenen Songs, das ist jetzt aber nicht für andere geschrieben und darüber kommt dann Geld rein, sondern das sind eure Songs und die laufen dann wo auch immer, werden live aufgeführt oder so und darüber bekommst du dein Geld. Ganz genau. Wobei, also das sind Lieder, die ich geschrieben habe, die wir spielen können und wir auch spielen. Aber die Hälfte dann, der Tantiemen ungefähr, kommt von anderen Musikern. Das heißt also, diese Lieder übernehmen dann schon andere, aber es ist immer in diesem Genre-Wiener-Lied-Bereich drinnen. Aber es ist jetzt nicht speziell für andere geschrieben, sondern eure Songs quasi und dann in Anführungszeichen gekauert. Ganz genau. Wie es halt so üblich ist in dieser Branche auch. Das ist ähnlich wie mit, was haben wir so, diese Schlager-Volkstümliche-Bierzelt-Musik, wo du, ja, da ist es üblich einfach. Du schreibst Lieder und das passt und das übernimmt dann ein anderer mit und so weiter. Also, ja, das ist so dieser Weg. Aber tatsächlich so diese Auftragskomposition oder die für jemanden anderen Schreiben, das hatte ich irgendwo immer ein bisschen auf dem Radar, aber dann eigentlich durch diesen, nennen wir es einmal kleinen Erfolg, den wir jetzt mit diesen 16er-Buben haben, da wird man faul. Ja, solange es gut rennt, man wird faul und man denkt dann nicht mehr. Man isst die Made im Speck und aus. Und man denkt dann nicht mehr dran. Und dann irgendwann kommt schon so die Idee wieder, sag ich, was war eigentlich so das Faszinoso-Musik für mich? Weil man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt das Hobby zum Beruf macht, bedeutet das ja immer auch gleichzeitig, man zerstört sich sein Hobby. Das stimmt. Weil auf einmal, also früher habe ich gern gespielt, heute ist es mein Beruf. Und das ist einfach ein Unterschied. Man spielt halt nimmermehr überall und man hat dann irgendwann auch gern einmal nichts mit Musik zu tun oder solche Dinge. Und man will nicht immer der sein, der halt dann immer die Gitarre in die Hand rückkriegt und kann unterhalten uns. Das magst du beim Fliesenleger ja auch nicht. Sagst du ja auch nicht. Du magst das eh gern. Wenn du gleich bei mir auf der Party bist, kannst du mir gleich ein Quadratmeter in der Küche legen. Das magst du ja auch nicht. Auf die Idee würde man gar nicht kommen. Aber es ist halt so. Und natürlich, ja, macht man gern Musik und man spielt gern und das Ganze. Aber es ist eben, ja, es ist jetzt dann schon massiv das Thema Musik in deinem Leben drinnen, wo du dann sagst, okay, da nütze ich dann schon gern einmal eine Pause. und das muss man halt auch bedenken. Und dann irgendwann fängt man halt an, das ein bisschen wieder zu hinterfragen und will ich das, will ich das oder überhaupt gefällt mir das noch. Und das machen wir immer wieder eben, der Patrick und ich, dass wir uns auch gegenseitig ein bisschen motivieren, den Punkt und sagen, was war eigentlich das, was uns ausgemacht hat? Was wollten wir immer machen? Und da unter anderem gehört auch das Komponieren dazu und diese Freude, wenn du ein Werk geschaffen hast. Und ja, und so und so. Eigentlich gibt es dann immer wieder, wenn ein kleines Tal sich ausabzeichnet, der Motivation, dann überlegen wir uns das wieder, schauen wir uns das an. Und bis jetzt, Gott sei Dank, sind wir immer wieder zurück auf den Höhenflug des Musikers gekommen. Du hattest vorhin noch Verlag und Label erwähnt, auch da quasi die Frage, ist das jetzt auch rein für euch oder vermarktet, veröffentlicht ihr da dann noch andere Künstler oder ist das jetzt einfach ein, in Anführungszeichen, du willst alles selber machen und brauchst halt dein Label und dein Verlag, um deine Songs entsprechend zu veröffentlichen? Ja, also der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich der, ich habe es eh schon angesprochen, es ist in der Szene nicht so ganz einfach, dass man da gute Mentoren findet und Unterstützer. Hatten wir Gott sei Dank alles, aber wir haben auch wahnsinnig viel Lehrgeld bezahlen müssen. Und ja, die Idee war eigentlich das, wir haben die erste CD rausgebracht, das war ein Fremdverlag, Fremdlabel, dann noch eine zweite und dann die letzten drei haben wir dann gesagt, okay, also was die können, können wir auch, weil tatsächlich war ja, außer die Tatsache, dass halt jetzt das Studio, sie haben es ja nicht mal finanziert, sondern sie haben es ja noch vorfinanziert, das Ganze, also, ja, also ein Studio ist da und sie machen dann halt, sie bestücken die Radiosender, du kannst dir vorstellen, wie viele Radiosender erfreut haben mit einer Wiener Lizidee, also vollkommen wertlos. Und dann haben wir irgendwann gesagt, na gut, das können wir eigentlich auch machen, das bringen wir selber zusammen. Mittlerweile ja dann auch die ganze technologische Möglichkeit, leistbare Möglichkeit da war. Also wir reden da jetzt quasi nicht, die erste CD, glaube ich, war 2004 und dann irgendwann ist es ja so, immer weitergekommen, dass du sagst, ich kann zu Hause eine großartige CD aufnehmen, weil wir ja nur zu zweit sind. Das heißt, wir brauchen zwei Instrumente und zwei Stimmen und das kann man im Home-Studio auch machen und das kostet heutzutage keine Lawine mehr. Also heutzutage sowieso nicht mehr mehr, aber das war damals schon nicht mehr so. Und ja, und dann haben wir das so gemacht und haben gesagt, gut, was brauchen wir da, damit wir das bestücken können, die Radiosender, man braucht einen Labelcode und dieser EAS-AC und was weiß ich was alles und dann fragst du herum, wo kriege ich das und keiner sagt eine Antwort. Ja, ja, das ist alles sehr kompliziert, hin und her. Und dann haben wir gesagt, nein, wie kümmern wir uns da um das wirklich selber. Und haben einfach diesen Verlag-Label gegründet, eben nur mit dem Hintergedanken, dass wir unabhängig sind, dass wir unsere eigenen Codes haben und auch für Freunde, wenn man sagt, wenn einer einen braucht, einen Labelcode, so wie kommen, kriegt er von uns, ohne jetzt großartig in der Geschäft daraus zu machen. Das war einfach nur so. Und dann war schon der Gedanke, wie wir immer mehr immer mehr Lieder gehabt haben, die schon eben in diesem Rahmen durchaus Erfolg gehabt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen uns gegenseitig ein bisschen absichern. Und viele Bands machen das ja dann so, dass zum Beispiel einer schreibt ein Lied und die fünf Bandmitglieder kommen alle als Komponisten mit rein. Und das geht alles ganz gut, solange man lieb Freunde ist und solange kein großer Erfolg dasteckt. Das stimmt. Und sobald das Geld rennt, dann wird, weil dann sagt, irgendwann sagt der, der das geschrieben hat, eigentlich habe ich das geschrieben. Und da kommt es dann nicht mehr raus. Und wir haben gesagt, nein, wir machen das anders. Was wiegt, das hat es, wie man bei uns sagt. Wer es komponiert hat, der hat es komponiert. Aber wir geben das bei uns selber im Verlag rein, an dem ja der andere auch beteiligt ist. Und damit wäre jetzt, wenn ein Lieder Hit wird, ist der andere zumindest mit einem geringen Teil, aber immerhin daran beteiligt. Das waren eigentlich die Hauptgründe für die Gründung. Und ja, wie gesagt, die eine oder andere Fremdveröffentlichung haben wir schon, aber das ist eben aus Freundschaft einander gegenüber. Das hat jetzt kein wirkliches Konzept dahinter. Weil wir ja auch dieses Marketing und das alles gar nicht machen wollen. Und mittlerweile, wie du ja auch die Sicht hast, ein Verlag, ein Label, wozu? Das stimmt. Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Du kannst es heutzutage alles selber machen. Ein Label und ein Verlag hat meiner Meinung nach dann oder hat natürlich noch Daseinsberechtigung, aber ist dann sinnvoll, wenn du entweder keine Zeit hast, dich um das Zeug zu kümmern oder es dich halt einfach nicht interessiert und du dann bereitwillig auch gerne die entsprechenden Prozente abgibst und dich nicht drum kümmern musst. Aber ich meine, du bist das beste Beispiel, auch ohne Social Media und da sind wir uns ja glaube ich auch einig, dass das nochmal deutlich größere Chancen irgendwie mitgebracht hat. Auch ohne Social Media und Streaming in einer Nisches-Nische einfach erfolgreich werden und davon leben können. Das heißt, das heißt, es geht mit jedem anderen Genre und gerade heutzutage sowieso noch viel mehr. Absolut. Ich habe erst vor kurzem, ich glaube, das ist schon veröffentlicht worden, mit Jörg Seidel, das ist ein deutscher Jazz-Gitarrist und mit dem er wieder explodert und der hat genau das Gleiche, also er hat das auch, zeigt das an seinem Beispiel, dass du mit Jazz und das ist zwar eine Nische, aber nicht so eine kleine Nische, also durchaus eine, die schon besser besetzt ist, aber mit Jazz, du kannst ohne Probleme davon leben, nur eben, ja, es geht nicht dran vorbei, dass du was tun musst und nicht nur Waiting for Inspiration und solche Sachen, sondern du musst halt tun, das ist halt so und dieser Jörg Seidel, der hat das genauso erklärt, der hat gesagt, ich muss mich ja geschäftlich auch darum kümmern, es nutzt nichts, wenn ich gut spielen kann, ich muss das verkaufen können und ich darf mich nicht, ich darf mich nicht schämen dabei, dass ich mich verkaufen kann, das ist halt schon etwas, eben, es ist ein Unternehmerberuf, Musiker sein ist ein Unternehmerberuf oder du bist Orchestermusiker, dann bist du Angestellter, aber wie viele gibt es davon? Ja, wie viele gibt es und wie viele sind damit, ich meine, ich persönlich habe gesagt, bist du gescheit, stell dir vor, weiß ich nicht, Wiener Philharmoniker, ist eine tolle Geschichte und wir spielen, der Patrick hat die Ehre, wenn er stattfindet, beim Philharmonikerball im Wiener Musikverein auftreten zu dürfen, also das ist eine super Sache und ich liebe die Philharmoniker und alles, nur ich könnte mir das nicht vorstellen, dort Musiker zu sein, weil das einfach, das ist ein komplett anderes Jobprofil, als Musiker zu sein, als das, was ich darunter verstehe und das muss auch anliegen. Absolut. Aber total. Dafür brauchst du halt nichts verkaufen, da kriegst du halt dein Gehalt und ja, du musst halt auch das spielen, was man da sagt. Das ist wahr, da ist dann, also ich bin da überhaupt nicht drin in der Welt, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es da dann wenig mit eigener Kreativität und ich bringe mich da ein, sondern da hast du halt deine Stücke, die vor gefühlt dreieinhalb tausend Jahren geschrieben wurden, manchmal neuer, manchmal älter und die spielst du halt. Ganz genau. Auch völlig in Ordnung, aber ist halt, glaube ich, zumindest nicht das, was man sich unter einem klassischen Musiker vorstellt. Naja, nicht wirklich. Oder wenn du immer mit einem Ballorchester, das muss jetzt gar nicht ein klassisches Orchester, weil ein Ballorchester, du hast, oder Big Band, ist genau das Gleiche. Das Schöne ist das, es gibt die Möglichkeit. Du kannst, wenn du als Musiker, wenn du wahnsinnig gern Musiker bist, aber einfach kein Geschäftsmann und dich damit auch nicht beschäftigen willst, dann ist das, ich meine, das ist sowieso die Grundlage, dass du mit dir selber bewusst wirst, was du eigentlich bist und willst und kannst und tust. Und wenn du sagst, nein, ich bin leidenschaftlicher Musiker, aber ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben, dann ist ein Orchestermusiker oder eben Studiomusiker, ein Studiomusiker ist schon wieder gefährlicher, da musst du dich schon wieder verkaufen können, aber eben ein angestellter, also ein Verkauf im positiven Sinn meine ich das jetzt, dann ist ein Orchestermusiker für dich genau richtig. Wenn du sagst, ich bin wahnsinnig gern Musiker und ich kann mich auch gut verkaufen, aber ich bin kein Leader, ich will nicht vorne stehen, dann zum Beispiel sagst du, nein, dann ist ein Studiomusiker super oder eben jetzt Band, also wie sagt man zu denen, also im Prinzip auch wir Orchestermusiker, also wenn du jetzt für Stars sozusagen in der Band dann spielst, also klassischer Live-Session Musiker, das war's, ja genau, dann ist das das Richtige für dich, weil dann kannst du dich austoben, dann kannst du es machen, du bist Musiker, das ist alles super, alles leibernd, aber du musst dich nicht ums große Geschäft kümmern, aber schon ein bisschen, weil du musst schon schauen, dass du deine Aufträge kriegst, allerdings wenn du da sehr gut bist, dann, ja. Und wenn du eben sagst, nein, ich will Musiker sein, aber ich bin eine Rampensau, ich will raus, ich will dieses Leben führen, ja dann darfst du eben weder Sessionmusiker noch Studiomusiker noch Orchestermusiker werden. Und dieses Selbstbewusstsein oder selbst, nicht Selbstbewusstsein, wie sagt man da besser, Selbsteinschätzung, ja genau. Das hat fast keiner, die Richtige. Ja, das stimmt. Ich glaube, das hat theoretisch jeder, aber die meisten machen sich halt überhaupt keine Gedanken. Nein, ja, bei gewissen Dingen ist es klar, also wenn ich zum Beispiel, ich bin 1,68 groß und mir ist klar, dass für mich so ein Sport wie Basketball gestorben ist. Das ist, wurscht wie gerne ich das machen würde, aber das ist die Selbsteinschätzung, das vergiss es. Und wenn ich jetzt vom Basketball so begeistert wäre, dann müsste ich halt schauen, dass ich halt Trainer wäre, Manager, was auch immer im Bereich Basketball, aber die Selbsteinschätzung, eine gesunde, würde ich mir sagen, nicht als Spieler, definitiv nicht als Spieler. Und das ist das und da findest du sehr viel, sehr viel, auch Musiker, die sich definitiv nicht richtig selbst einschätzen. In allen Varianten. Was aber die Basis für alles ist. Ja, definitiv. Und das sollten sich schon die meisten einmal klar machen. Was will ich eigentlich? Bin ich eigentlich ein Geschäftsmann? Bin ich es nicht? Will ich das machen? Bin ich eher der Ruhige? Bin ich der Laute? Bin ich der, der Fuhrensteh will? Weil das ist genauso eine Sache, wenn jetzt der Patrick zum Beispiel ist der Ruhigere und ich bin der, ich bin die Rampensau. Und du brauchst, du brauchst diese zwei Pole. Wenn jetzt der Zweite, wie gesagt, wir spielen 26 Jahre zusammen, so lange halten die meisten Ehen gar nicht. Und wir haben, wir haben da nicht einmal gestritten. Aber das ist, weil wir uns ergänzen. Aber das ist schon, weil wir auch drüber reden oder weil uns das klar ist, wer hat welche Position. Und da nicht die, eine falsche Rücksichtnahme dann vorliegt. Und wenn ich sage, naja, jetzt überlasse ich einmal eine Pointe dem Patrick, naja, nein, mach ich nicht, weil er kann es nicht. Und das weiß er und das tut so. Und deswegen funktioniert es jetzt auch so, dass er Pointen setzen kann, weil wir uns dessen bewusst sind, welcher Witz, welcher Schmäh, welche Rolle beim Live-Konzert passt. Und durch das, dass wir da ehrlich sind, wunderbar. Also diese Selbsteinschätzung ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Ich glaube, das sind auch perfekte Abschlussworte für heute, dass wir es nicht überziehen. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen und hören und in Zukunft über verschiedenste Themen reden. Da bin ich, bin ich sehr froh, dass, dass ich da so einen Gesprächspartner irgendwie gefunden habe über, weiß gar nicht, Instagram, YouTube, Facebook, wie auch immer das zustande gekommen ist. Aber das ist der Vorteil der heutigen Welt. Und da bin ich sehr froh, dass ich nicht in Zukunft irgendwie einen Monolog halten muss, sondern da ein bisschen Kontra bekommen und einfach anderen Input. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute und hoffentlich bis bald, Klaus. Vielen Dank. Ich danke dir und freue mich drauf. Fiat die Gott.